Ja, hi Freunde, hier ist wieder euer Wafferberchen. Ich grüße euch ganz herzlich. Leute, wir sind auf einer Runde. Ich spiele eure Bots. Und der erste Bot, den ich testen darf, ist nämlich der Minotaur Mech MK6. Ist eingesendet worden vom... ich weiß es nicht mehr, Entschuldigung. Freunde, ich habe das Ganze schon getestet, ich habe es auch schon aufgenommen. Leider habe ich vergessen, das Mikrofon anzuschalten und hatte das von der Webcam. Mann, da war der Ton ziemlich blechig und deswegen nehme ich das Ganze neu auf. Ich habe den Bot auch schon bewertet, falls du dir jetzt denkst, hey, wie hast du meinen Bot bewertet? Ich habe ihn 4 für Combat gegeben und 4 für Optik? Aussehen? Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall 4-4. Ich fand den Bot bis jetzt sehr, sehr stark, finde ich auch sehr cool. Und wir haben hier hinten Hovers drauf, Trusters und so ein paar Stangen oder Verstrebungen zur Verstärkung. Äh, der ganze Bot besteht hier aus MK6-SMGs, denke ich mal. Also es wird ziemlich rundherum so sein. MK6, MK6, MK6. Äh, von den Schildern her haben wir MK5, müssten das sein. MK5, MK2 und oben haben wir die MK3, müssten das sein. Äh, korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber ich denke, es sind tatsächlich die MK3. Äh, die Lags, denke ich mal, werden auch MK6 sein. Und ich weiß jetzt, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich denke mal, der Fahrersitz, wo wird denn der sein? Ich denke mal, irgendwo hier in dem Bereich, wahrscheinlich genau vor dieser Truster. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant hier mit dieser, ja, Konstellation mit den Hoverplates. Äh, ich habe am Anfang nicht gewusst, warum. Ich hatte am Anfang vermutet, ey, du hast dir vielleicht drauf gebaut, um vielleicht ein bisschen länger in Luft zu bleiben, währenddessen du springst, dass du längere Jumpshots machen kannst. Aber ich habe mich getäuscht. Und ich hoffe, dass es vielleicht sogar passiert. Ähm, dann werde ich nämlich euch auch zeigen, äh, warum man die hingebaut hat. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Könntest du vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, ob du diesen Bot, äh, nachgebaut hast oder selbst entworfen hast. Okay, aber Freunde, wir gehen auf jeden Fall in ein Team-Deathmatch. Wir können leider in keine Battle-Arena. Da kann man das Ganze immer auf Herz und Nieren testen, ne. Äh, leider in MK6 kommen wir noch nicht in die Battle-Arena. Was ich ein bisschen blöd finde. Denn, ich meine, wir können ja ruhig ein Tier 1 sogar schon in die Battle-Arena. Das wird keinen stören, glaube ich. Eine Spielmodi mehr. Ist dann wahrscheinlich wieder nur Surfer-abhängig, denke ich mal. Oder Surfer-Last oder was auch immer. Okay, wir sind im Game. Wir haben zwei SMGs. Drei Plasmas, zwei Rails und drei Medics. Auf der Gegnerseite haben wir drei Rails. Zwei Plasmas dafür. Was haben wir, weniger? Ein SMG? Ne, einen Plasma weniger. Okay. Wow, der sieht ja auch cool aus. Was hat denn der hier? Sind das Schilder? Tatsächlich sieht er aber cool aus. Okay, Freunde. Äh, wir folgen erstmal unseren Mates. Wir sollten vielleicht hier, äh, mal einen Weg vorgeben. Ah, wie... Okay, wir gehen hier hin. Leute, wir probieren natürlich wieder unser Bestes. Äh, und ich hoffe wirklich, wirklich, dass dieser Bot jetzt rockt, Freunde. Denn die vorherige Aufnahme, die war wirklich sehr hardcore. Ich muss sagen, dass dieser, äh, Robot sehr, sehr cool ist. Und ich werde... Das habe ich schon, ja, im vorherigen Video, das hier leider nicht gesehen habe. Ähm, schon gesagt, dass ich, äh, so ein Fazit machen werde nach diesen zwei Wochen. Sprich nach zehn Folgen. Äh, welcher Bot mir so am besten gefallen hat und welcher jetzt vielleicht nicht so optimal war. Äh, ihr dürft aber keinerlei, äh, das Negative da dran sehen. Weil ich will natürlich hier die Roboter hier relativ gut bewerten. Oder ich will es jetzt nicht besser darstellen als sie sind. Ich will es aber auch nicht schlecht machen. Und ich habe vorhin sowieso schon mit dem Paladin wieder gespielt. Und Leute, das war die absolute Katastrophe. Oh! Leute, der hält sich aber auch gut aus. Lecko, mius, dius, mius. Okay, und Abwand. Und bye, bye. Morphers, ein Kerl. Sehr schön. Äh, ich habe vorhin mit dem Paladin gespielt. Leute, und ich war brutals enttäuscht. Ähm, denn der Paladin ist meiner Meinung nach... Schon, wenn ich höre, dass alleine, dass ich eine Anleitung brauche... Ey! Um einen Bot zu spielen, finde ich das schon sehr kacke, muss ich ehrlich sagen. Ist wirklich so. Also nichts gegen Rosewall und auch seine ganzen Fans. Oh mein Gott, nee, will er euch gar nicht angreifen. Aber wie gesagt, wenn ich schon lese, dass ihr für einen Bot eine Anleitung braucht, wie ihr ihn fliegen müsst oder wie ihr am besten fliegen könnt, dann finde ich das schon sehr, sehr schade oder sehr, sehr hart. Oh, jetzt darf er beweisbar so was auf dem Kasten hat. Okay, die verschieben alle. Der beachtet hier uns gar nicht, der mit dem Plasmas. Yes! Leute, es ist wirklich enorm, dieser Tank. Ich finde ihn wirklich, wirklich geil. Wie gesagt, ich habe ihn vorhin schon mal gespielt. Und er ist... Ich finde ihn überkrass. Also ich finde ihn... Oh, scheiße. Sehr schön, sehr schön. Oh, Leute, das war schon wieder mein Kill. Wir haben schon drei Kills gemacht. Leute, falls ihr Load hier seid, seid auf der Suche nach einem Bot. Ich muss sagen, ich habe schon viele Bots aus der Community geholt. Aber der ist hier mit Abstand einer der geilsten, den ich je gespielt habe. Also es ist wirklich so. Also ganz größten Respekt für den, den er gebaut hat. Oh! Eine Platte einschelt! Nummer vier! Nein! Schade, 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 schade. Okay, Freunde, wir gehen Capturen. Ich habe, muss sagen, ich habe keine Runde mit diesem Robot verloren. Ich habe drei Ründchen gespielt. Und habe alle gewonnen. Oh mein Gott! Leute, ist das der Beweis? Wirklich? Vier Kills. Ich... Absolut geniales Ding. Absolut top. Werd das Ding nie verändern. Bau das Ding nie auseinander. Oder was auch immer. Behalt ihn so, wie er ist. Er ist in Tier 6 oder MK6. Absolut top. Äh, also ich würde ihn auf jeden Fall so weiterspielen. Okay, und wir haben verdient... 11.860. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das viel ist für MK6. Aber ich gehe mal schwer davon aus. Denn wir haben eigentlich ziemlich gut gespielt. Leute, wir gehen natürlich gleich nochmal in Battle. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen mit den Hovers. Ich denke mal, ihr kennt es wahrscheinlich schon. Aber ich spiele jetzt zur Zeit nicht mehr so enorm häufig durch die Arbeit Robocraft. Oder ich kann nicht mehr so oft Robocraft spielen. Äh, deswegen ist es für mich auf jeden Fall absolut neu. Und ich fand das absolut coole Idee. Äh, ich bin am Anfang in meinen ersten Aufnahmen... Und dann bin ich ja da und rumgehupft. Oder rumgesprungen. Und hab mir gedacht, okay, der hat's wahrscheinlich optimiert echt für Jumpshots. Das heißt, ihr springt nach oben und die Hovers halten euch vielleicht so ein, zwei Sekunden länger oben oder so in der Richtung. Aber das war's gar nicht, Freunde. Das war's gar nicht. Falls das nicht funktioniert, dann erzähle ich euch natürlich am Schluss, wofür das ist hin. Sagen wir es so. Okay. Freunde, ich werde... Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Aber ich werde auch eine Bewertung zum Schluss machen. Ich werde ihn ein bisschen ausführlicher machen wie Robocraft. Bei Robocraft gibt es ja tatsächlich nur das Aussehen und der Combat. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich werde hier noch Movement mit einfließen lassen. Äh, vielleicht von der Bauart... Leute, ich meine, schaut euch das an. Er hat hier die Schilder. Wenn ihr jetzt auf diese MK5-Schilder schaut. Er hat tatsächlich hier exakt die Steine so vorgebaut. Also, die fügen sich wirklich enorm geil an an dem Tank. Und das finde ich sehr, sehr cool. Okay, Freunde, hier hinten wird schon wieder geschossen mit Plasmas. Was haben wir denn hier hinten? Ich bin ja nicht so der Freund von Jumpshots. Aber wir können es ja trotzdem mal probieren. Ah, das war der Stein. Wow, hey, das war eng, Freunde. Hier hinten nochmal was. Vielleicht erst die Flyer weg. Oh, Leute. Ich weiß nicht, haben wir Medics dabei? Scheinbar ja. Sehr gut. Sehr schön, er fliegt runter. Den holen wir uns jetzt, Freunde. Das war jetzt sein Fehler, dass er hier runtergesprungen ist. Oh, der sieht aber wirklich enorm aggressiv aus, denn sein Tank sieht sehr, sehr geil aus. Er hält leider nicht so ganz viel. Naja, wobei, ist schon gar nicht verkehrt, was er hier aus... Oder was hier wegsteckt. Leute, ich werde von hinten angeschossen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh, was hat denn der hier... Oh, Leute. Da hat es gescheppert, als er getroffen hat. Leute, das war sein Ende, denke ich mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kommt schon. Leute, wir haben noch eine Kanone, eine Kanone, eine Kanone. Wow, da haben wir ihn genutzt, Freunde. Wir haben noch alle beide Beine. Leute, ich bräuchte ein Medic. Kann mir noch ein Medic jenken? Scheiße. Oh, Germany. Oh, scheiße, Leute. Das ist... Ich hab gedacht, die... Ah! Oh, oh. Ah! Jetzt hätte ich es euch zeigen können. Scheiße. Okay, war jetzt kein besonders guter, gewählter Weg, Leute. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Medic gehabt hätten. Aber ich finde den Bot nichtsdestotrotz absolut top. Wir haben hier noch eine Rail. Wir hätten hier sogar noch einen Medic gehabt, Freunde. Scheiße. Ey, ich dachte, die zwei Medic laufen jetzt auf einen Mate von mir zu. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der... Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die... einen Mate hier von denen heilen. Okay, Freunde. Wir gehen natürlich zurück zur Garage. Und werden erstmal unseren geringen RP-Punkte-Bonus hier wahrscheinlich abholen. Okay, Freunde. Wir haben verdient 3786 Dollar RP. Und, Leute, wir gehen noch einmal... Ich hab mal gesagt, noch einmal in schnelles Battle rein. Und gehen nochmal Drive-Robot. Und gehen nochmal in ein Team-Deathmatch. Und, Freunde, wie gesagt, falls ihr erst anfangen mit Robocraft oder ihr erst Tier 4, Tier 5 seid, kann ich den Bot auf jeden Fall empfehlen. Also, für meinen ersten Bot, den ich von euch spiele. Also ist er wirklich enorm gut gebaut. Ich bin gespannt, was die anderen Bots so bringen. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich unten in die Kommentare schreiben, welche Bots ich spielen soll. Beziehungsweise wie euer User oder Ingame-Name ist. Bitte keine... Irgendwelche Bots raussuchen. Ich werde mir einfach den raussuchen, den ich für, äh, ja, am besten empfinde. Und, ja, werde dann halt so ein kleines... Ja, let's testen oder irgendwie sowas machen. So genau wie bei dem Bot hier. Wir werden halt mal 1, 2, 3 Runden spielen. Vielleicht auch in Battle-Mode. Und werde den natürlich dann auch so ein bisschen bewerten. Aber wie gesagt, die Bewertungen sind alle absolut, äh, nicht böse gemeint oder so. Ihr dürft jetzt nicht vergessen, wenn ich... Oder dürft jetzt nicht meinen, dass wenn ich sage, hey, ja gut, der ist vom, vom, vom... Keine Ahnung, von der Schusskraft jetzt nicht so, ey! Optimal oder er lässt sich scheiße handeln oder so. So, dürft ihr mir nicht böse nehmen. Ist natürlich mein, äh, absolut eigenes Empfinden, ne? Und, ja, da gibt es schon solche Truster-Mobile. Ich habe mir eins gemietet erst vor kurzem. Und das Ding war eine absolute Katastrophe. Er hat total gutes Ranking bekommen. Aber ich komme einfach mit dem Ding nicht klar. Ich fühle mich halt am Boden einfach am Wolves, not auf Hovers. Das würde auch noch so gehen. Aber ich muss sagen, ey, er fährt sich schon mal besser. Er hält im Combat mehr aus wie der Paladin im Kanto, ey. Und das ist auf jeden Fall schon mal... Äh, was wäre es, Freunde? Oh, da haben wir gleich schon einen Hit gelandet. Sehr schön hier oben. Oh, da haben wir auch schon wieder einen Hit gelandet. Medic, sehr schön. Leute, die Flieger in MK6, die zerfallen so enorm schnell. Ich wünschte, das wäre so bei MK10. Leute, hier unten haben wir doch was. Ach, das ist der Flieger, Freunde. Das ist der Flieger. Wir dürfen gar nicht so weit kommen lassen, dass er zerstört wird. Sehr schön. Leute, wir sind jetzt hier ein bisschen auf uns alleine gestellt. Kommt schon. Oh, scheiße. Oh, oh. Leute, hier kommen wir nicht hoch. Hier kommen wir nicht hoch. Doch, wir kommen hier hoch. Wir kommen hier hoch. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Wo ist mein Medic jetzt? Wir sind ein bisschen angekratzt. Wir haben noch 94 HP, Leute. Es sollte noch mehr als ausreichend sein. Oh, da haben wir ihn schon gehittet. Ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Das ist jetzt der Vorteil, dass hier die Rails haben. Allerdings wird denen auch irgendwann der Schuss ausgehen. Leute, wir werden jetzt langsam mal rüber pushen. Wir haben noch 94 HP. Einbräucher-Schuss. Okay. Ich habe probiert zu spotten. Hat leider nicht funktioniert, Freunde. Jetzt werden wir probieren, hier drüben den absoluten Massaker abzuziehen. Und da ist der erste Rail. Rail bye-bye, wahrscheinlich. Okay, da zerfällt er, Leute. Da wird er keine Schuss haben. Gut, gegen Rail würde jetzt ihr sagen, kann jetzt jeder gewinnen. Aber, Leute, ich finde im Moment nichts Negatives dran. Gut, wir haben jetzt keine Kills gemacht, aber hey. Okay, Freunde. Das war das dritte Röntgen, glaube ich. Und, Freunde, ich glaube, es ist langsam Zeit. Wir holen jetzt noch unseren Gewinn ab. Und dann ist es an der Zeit, mal so ein kleines Fazit vielleicht über den Bot zu machen. Was ich so von ihm halte oder was ich auf jeden Fall gut finde, was ich vielleicht nicht so gut finde. Wie gesagt, keinerlei Kritik oder so. Oder, sagen wir mal so, positive Kritik. Oder, nee, konstruktive Kritik wird es genannt. Okay, Freunde. Dann gehen wir mal zum Fazit. So, Freunde. Und im Fazit angekommen, muss ich wirklich sagen, dass mich der Tank hier wirklich schwer beeindruckt hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mit dem MK6 so viel Spaß haben werde. Ich habe auch nochmal hier den Ingame-Namen und den Tank-Name hingeschrieben und eine Liste gemacht. Wo ihr mal sehen könnt, wie ich persönlich den Tank einschätzen würde. Wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Jeder hat ein anderes Empfinden. Von dem her kann es von eurem natürlich extrem abweichen. Aber von mir hat er auf jeden Fall im Gefecht vier Steine verdient. Liegt da dran, ich hätte ihn wahrscheinlich sogar viereinhalb gegeben. Allerdings muss ich ein bisschen Platz nach oben auch noch lassen. Von der Rüstung habe ich ihm nur dreieinhalb Steine gegeben. Liegt da dran, wir haben hier teilweise noch MK2 und MK3 Schilder. Ich weiß, es lässt sich nicht verhindern im MK6. Aber ich würde auf jeden Fall mal gerne sehen, wie der in MK10 abgehen wird. Vom Handling habe ich ihn jetzt einfach mal neutral gelassen. Sag ich mal dreieinhalb Sternchen. Ja, ich sag mal typische Mechel-Lags. Ich bin jetzt kein großer Fan davon. Aber es fließt auf jeden Fall jetzt nicht in die Bewertung ein, dass sie mir nicht so gefallen. Vom Aussehen her habe ich ihm vier Sterne gegeben. Liegt da dran, er wirkt richtig groß. Er wirkt richtig massiv. Die Schilder waren sehr eng an der Karosserie angelegt. Fand ich sehr, sehr cool. Von der Innovation muss ich auch viereinhalb Sterne geben, was ich richtig geil fand. Mir wurden im Battle die Beine weggeschossen. Und ich konnte trotzdem noch mit den Hovers weiterfliegen. Und Leute, das war für mich... Ihr kennt das wahrscheinlich schon, aber ich kann das noch nicht. Deswegen fand ich es richtig cool. Ich habe jetzt hier auch noch ein kleines Video gemacht im Hintergrund, das läuft. Da habe ich 26 Kills im Singleplayer gemacht. Ich habe das Ganze jetzt hier, ja, ich sag mal, mich in die Mitte reingestellt und einfach so viel zu fraggen, wie es geht. Ich bin auf die 26 Kills gekommen. Bei der durchschnittlichen Bewertung sind wir hier bei 3,9 Sternchen. Was schon hier eine ordentliche Hausnummer ist, muss ich sagen. Denn wir reden hier von 3,9 Sternchen vom 5 Sternchen. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Leute. Wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Ihr könnt euch gerne den Bot mieten. Ich kann ihn nur empfehlen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Vielen Dank für den Bot einsenden. Dann war es das von mir, liebe Leute. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Bis dann, macht's gut, Leute. Euer Moverperli. Bye, bye. Bis dann.